Wir sehen uns nun ganz kompakt die wichtigsten SQL-Befehle gemeinsam an und auch ein praktisches Beispiel zu jedem einzelnen SQL-Befehl. Beginnen wir mit dem ersten Befehl und zwar dem Select-Befehl. Mit diesem Kommando oder mit diesem Befehl kannst du eine Tabelle abfragen. Du kannst dir alle Spalten ausgeben lassen oder auch nur vereinzelt oder bestimmte Spalten von einer Tabelle. Die Syntax sieht wie folgt aus und zwar beginnt sie mit einem Select und dann ein Stern, wenn du alle Spalten ausgeben möchtest oder der Name einer Spalte, wenn du nur spezifisch eine Spalte oder mehrere Spalten angeben möchtest. Und zu guter Letzt wird dieser Befehl mit FROM und dann der Name der Tabelle abgeschlossen. Wie sieht das nun praktisch aus? Dazu wechseln wir nun zu unserem SQL-Editor. In diesem Editor, der online verfügbar ist, gibt es nur drei Tabellen und wir sehen zu jeder Tabelle auch die dazugehörigen Spalten. Nun möchten wir diesen Select-Befehl ausführen, beginnen wir mit einem Select-Stern, dann wie erwähnt der FROM-Befehl und nun die entsprechende Tabelle, die wir abfragen möchten. In diesem Fall Customers. Nun kann ich diese ausführen und erhalte als Ergebnis den kompletten Dateninhalt dieser Tabelle. Vorsicht, wenn die Tabelle größer ist, dann sollte man das Ergebnis einschränken. Wie du das machst, kannst du relativ einfach im Internet nachsehen. Ansonsten einfach einen Kommentar schreiben und ich würde dir das dazu als Antwort schreiben. Nun kann ich aber anstatt aller Spalten auch vereinzelt Spalten angeben. Beispielsweise möchte ich den Vornamen, First Name und das Alter dazu. Wenn ich das ausführe, erhalte ich nun entsprechend den Vornamen sowie das Alter. Wie du siehst, kannst du mit diesem Befehl bereits eine Tabelle abfragen. Kommen wir nun zum nächsten SQL-Befehl und zwar dem Word-Befehl. Mit diesem Befehl kannst du deine Abfrage noch näher einschränken. Du kannst Bedingungen setzen, um den Dateninhalt zu reduzieren bzw. zu filtern. Die Syntax lautet wie vorhin beim Select-Befehl und zwar gebe ich im Kopf an Select und dann entsprechend die Spalten. Dann von wo ich die Daten beziehe mit dem From-Table. Und zu guter Letzt kann ich nun mit Word und dann die Bedingung, zum Beispiel den Spaltennamen ist größer als 10 oder ist gleich 10. Hier können wir uns praktisch nun ein paar Beispiele ansehen. Die Abfrage einschränken. Springen wir zum SQL-Editor zurück und wir starten ausgehend von unserer vorhergehenden Abfrage mit dem Wunsch oder bzw. der Filterung, dass ich nur jene Kunden haben möchte, die sozusagen älter als 22 Jahre sind. Dazu gebe ich den Befehl were age und dann größer gleich 22 an und erhalte als Ergebnis nun entsprechend diese drei Datensätze. Da diese drei Datensätze ein Alter größer als 22 im Alter bzw. in der Spalte age haben. Nun kann ich diesen Befehl wie erwähnt erweitern. Ich kann noch mit einem und, englisch and, beispielsweise den Vornamen einschränken auf John und erhalte nun diese Datensätze. Des Weiteren kann ich auch eine Filterung vornehmen in einer Spalte, die ich nicht im Select-Befehl angegeben habe. Beispielsweise noch das Land. Hier sehen wir, dass nun auch mit dieser Filterung ein weiterer Datensatz reduziert wurde. Sehen wir uns nun den nächsten Befehl an. Der Order-Befehl entspricht einer Sortierung und zwar kann ich die erhaltenen Daten oder auch die abgefragten Daten noch zusätzlich sortieren. Wie hier in der Syntax bereits vorgegeben bzw. skizziert, sieht der Befehl folgendermaßen aus. Ich habe wiederum ein Select, dann From von der Tabelle und zu guter Letzt kann ich das mit Order-By eine Sortierung vornehmen. Und zwar muss ich dem Order-By noch eine Spalte mit angeben, welche ich sortieren möchte. Und dann, sobald ich die Spalte für mich gefunden habe, kann ich noch angeben, ob ich die Sortierung aufsteigend oder absteigend haben möchte. Nun sehen wir uns auch das in einem praktischen Beispiel an. Ich werde nun die Abfrage etwas einschränken und habe nun als Ergebnis die entsprechenden Vornamen sowie das Alter und möchte nun die Namen aufsteigend bzw. aufsteigend der Sortierung durchführen. Das mache ich mit Order-By, First-Name und Dies-Sending. Nun habe ich es genau andersrum gemacht. Wenn ich es absteigend haben möchte, würde ich Ess-Sending nehmen und alphabetisch ist es nun entsprechend der Vornamen sortiert. Wie du siehst, kannst du somit das Ergebnis noch besser aufbereiten, falls du es weiterverwendest bzw. auch in Berichten verwenden möchtest und dir eine Menge Zeit ersparen möchtest, diese manuell nochmals zu sortieren. Nun kommen wir auch schon zum nächsten Befehl, der Join-Befehl. Vereinfacht gesagt, kannst du mit dem Join-Befehl im Deutschen Verknüpfung dir ein Ergebnis aus zwei unterschiedlichen Tabellen zusammenführen, verknüpfen oder auch aus mehreren Tabellen. Die Syntax lautet Select-From, von wo ich die Daten sozusagen meine erste Tabelle, wo ich beziehen möchte und dann führe ich einen Left-Join aus. Mit dieser Angabe muss ich die zweite Tabelle, welche ich verknüpfen möchte, angeben. Um sozusagen diese beiden Tabellen zu verknüpfen, muss ich auch wissen, an welcher Spalte oder mit welcher Spalte ich diese beiden Tabellen verknüpfe und zwar in diesem Fall über den Namen. Ich denke, dass es hier auch mit einem praktischen Beispiel einfacher ist, das zu verstehen und deshalb wechseln wir wieder zurück in den Editor. Dazu lösche ich unseren bisherigen Befehl und werde uns zu Beginn die Bestellungen ausgeben. Wie wir sehen, unter der Tabelle Orders werden die Bestellungen angezeigt und zwar haben wir hier zu jeder Bestellung eine eindeutige Nummer, die Order-ID und hier in der zweiten Spalte sehen wir, was und welchen Preis bestellt worden ist und auch vor welchen Kunden. Nun möchte ich zwei Tabellen zusammenführen und zwar die Bestellungen mit den entsprechenden Kunden. Nun kann ich meine erste Überlegung aufstellen und zwar, wie kann ich diese beiden Tabellen verknüpfen, über welche Spalte und das sehen wir über die Customer-ID. Das bedeutet, in der Tabelle Bestellungen ist das verknüpfende Element oder die verknüpfende Spalte die Customer-ID. Das bedeutet, für den ersten Datensatz ist dieser mit dem Kunden 4, mit der eindeutigen Nummer 4 hinterlegt. Das bedeutet, wenn ich mir die Customer-Tabelle ansehe, weiß ich, dass der Kunde mit der Nummer 4 diese Person ist. Und genau diese beiden Tabellen möchte ich zusammenführen und daher verwende ich folgenden Befehl. Und zwar Select-Stern-From-Orders und dann möchte ich einen Left-Join oder auch einen Left-Auto-Join, je nachdem, ob du ein MySQL oder ein TSQL verwendest. Das kann unterschiedlich sein von der Syntax, aber im Wesentlichen gibt es in jeder SQL-Sprache die Möglichkeit, einen Left-Join durchzuführen. Dazu geben wir nun die zweite Tabelle an und zwar die Customers und hier ist es wichtig, eine Abkürzung zu verwenden für diese Tabelle. Wir verwenden C für Customers und dann geben wir an und auch für die Orders geben wir O an, dass wir diese beiden Tabellen über die Spalte Customer-ID verbinden können. Nun kann ich die Abfrage ausführen und wir erhalten nun entsprechend das Ergebnis aus dieser Verknüpfung und sehen auch wieder, dass zu jeder Bestellung entsprechend auch der Content mit angegeben ist. Wie du siehst, kannst du somit mehrere Tabellen zusammenführen und ersparst dir das Zusammenführen in Microsoft Excel als Beispiel. Der nächste Befehl ist bereits verwendet worden und zwar nennt sich dieser als Elias. Das bedeutet, ich kann zu jeder Tabelle eine Abkürzung verwenden. Wie in diesem Syntax zu sehen, verwende ich Select und dann einen Spaltenname und darunter From People. Also von dieser Tabelle und dieser Tabelle verwende ich den Buchstaben A als Abkürzung und diesen kann ich dann in der Select-Abfrage verwenden. Hintergrund ist jener, dass es sein kann, dass du beispielsweise über ein Join mehrere Tabellen miteinander verknüpfst und dort jeweils die gleiche Spalte vorkommt. Damit sozusagen SQL unterscheiden kann, welche Spalte nun verwendet werden soll, ist dieser Elias notwendig. Hier werden wir uns kein praktisches Beispiel ansehen, da wir es bereits im Join verwendet haben. Kommen wir zum nächsten Befehl und zwar den Union. Dieser Union Befehl hat die Fähigkeit, Tabellen auch miteinander zu verknüpfen, aber in diesem Fall zu addieren. Das bedeutet, es ist notwendig, dass diese beiden Tabellen, es können auch mehrere sein, exakt die gleichen Spalten besitzen, damit diese sozusagen verknüpft bzw. addiert werden können. Sehen wir uns am besten dazu ein Beispiel an. Ich werde nun den Join Befehl wieder löschen und wir sehen uns wieder die Tabelle Orders oder die Bestellungen an. Nun möchte ich aus irgendeinem Grund zweifach diese Bestellungen als Ergebnis haben. Wie mache ich das? Und zwar indem ich nun den Union Befehl ausführe und dann wiederum diesen Select from Orders. Hier nenne ich es O2. Und wenn ich diese ausführe, erhalte ich nun als Ergebnis das Doppelte. In diesem Fall muss ich ein Union All verwenden, damit er wirklich tatsächlich doppelt die Einträge ausgibt. Der Unterschied liegt darin, wenn ich dieses All nicht verwende, so führt SQL im Hintergrund ein Abgleich durch, ob die Datensätze eindeutig sind. Und wenn ich das nicht haben möchte, gebe ich eben den Zusatz mit All an und erhalte nun diese Spalten, diese Tabellen zweifach. Es gibt Situationen, wo das notwendig ist und das nicht einmal so wenig. Und deshalb wollte ich diesen Befehl unbedingt auch vorstellen. Wichtig ist auch in der Verwendung, angenommen, ich würde hier eine unterschiedliche Spaltenanzahl angeben, zum Beispiel hier All righty and item. So kann es oder so wird es definitiv zu einem Fehler kommen, da immer die Spalten exakt dieselben sein müssen. Kommen wir nun zum vorletzten Befehl und zwar zu der Eingabe von Datensätzen und zwar der Insert Befehl. Mit Insert into gebe ich an, wohin ich sozusagen diesen Datensatz schreiben möchte in die People-Tabelle und gebe auch noch in Klammern an, welche Spalten diese Tabelle besitzt, damit ich im nächsten Befehl Values, wo ich den tatsächlichen Wert, den ich einfügen möchte, angebe. Und der Hintergrund ist, dass ich diese Spalten angebe, ist, damit bei den Values auch die Reihenfolge korrekt ist. Versuchen wir den Befehl hier durchzuführen und zwar mit einem Insert into. Nehmen wir den Customers bzw. Orders, da es nicht so viele Spalten besitzt. Gebe dann in Klammern an die Order-ID, Item, den Betrag und die Customer-ID. Als nächstes gebe ich dann Values an und dann die entsprechenden Einträge. Ich behaupte mal die Bestellung 10 mit dem Artikel Maus und dem Betrag 1000 und mit der Customer-ID 4. Wenn ich das ausführe, erhalte ich nun als Ergebnis, dass dieser Datensatz eingefügt wurde und diesen möchten wir uns natürlich auch ansehen. Wenn ich das ausführe, sehen wir, dass wir nun diesen Datensatz eingefügt haben in die Tabelle Bestellungen. Nun kommen wir zum letzten Befehl und zwar zum Update-Befehl. Dieser Befehl ist sehr hilfreich, wenn du Werte in einer Tabelle aktualisieren möchtest. Der Befehl gestaltet sich wie folgt und zwar mit einem Update und entsprechend der Tabelle, wo du das Update durchführen möchtest. Und zu guter Letzt mit Set gebe ich nun den Spaltennamen an sowie den Wert, den ich neu in diese Tabelle bzw. Spalte schreiben möchte. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an. Verwenden wir nun unseren eingefügten Datensatz, indem wir beispielsweise unser Artikel von Maus auf Monitor ändern und den Betrag von 1000 auf 100. Dann sieht der Befehl wie folgt aus. Ich führe ein Update auf die Tabelle Oras, Set und dann den Artikel-Item ist Monitor und der Amount ist 100. Sehen wir uns nun das Ergebnis an. Da ich nicht mehr so aufmerksam den Befehl durchgeführt habe, habe ich nun alle Datensätze mit dem Artikel Monitor und dem Betrag 100 aktualisiert. Wie du siehst, ist es sehr wichtig bei diesem Update-Befehl auch immer zu berücksichtigen, welche Datensätze ich aktualisieren möchte. In meinem Fall hätte ich noch die Bestellungsnummer hinzugeben sollen, damit ich wirklich nur diesen einen Datensatz aktualisiere. Wie du siehst, kommst du mit diesem Werkzeug an SQL-Befehlen im täglichen Bedarf sehr weit. Falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen dir zu helfen und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank und bis bald.